Das ist eine tolle Idee. Na gut, ein Drinkel. Du hast es geschafft, Mann. Auf jeden Fall. Tschüss. Ach du Scheiße. Deine Haare sind weg. Nein, oben. Jetzt hab ich Angst. Stuhl, steh auf, wir haben ein kleines... Oh, Kack! Woll sind wir? Du wirst sicher ausflippen, aber alles wird gut. Ist was mit meinen Zähnen? Das ist nächstes Tattoo! Alan, was hast du gemacht? Hast du mich betäubt? Ich hab gar nichts gemacht. Oh mein Gott! Das ist ein Äffchen! Wo steckt ihr denn? Weiß nicht, wir sind in irgendeiner Stadt aufgewacht. Ist Teddy bei euch? Sie suchen ihn schon den ganzen Morgen. Ich fass es einfach nicht, dass es wieder passiert ist. Es ist Lauras kleiner Bruder, er ist verschwunden. Ohne Teddy gehen wir nicht zurück. Wir wissen echt, wie man feiert. Ich wollte bloß einen Junggesellen-Brunch. Ciao! Was suchst du denn hier? Das ist meine Begleitung. Wir hatten echt eine kranke Nacht hier, Wichser. Seht in den Taschendach, vielleicht finden wir Hinweise. Chiang Mai Kloster. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Was ist das? Ein China-Restaurant? Wo zum Teufel steckt ihr? Wir sind in Bangkok. Hier ist es cool, im Sünden-Fuhl. Wie den Affen wieder rein! Der ist tierisch! Festhalten, ihr Schwuppel! Oh Mann, oh Mann! Was ist hier nur los? Hey Jungs, seht euch da sein. Alan, lass den Scheiß. Wenn ein Affe am Schniedel knabbert, findet man das überall auf der Welt lustig.